So hallo, wir machen weiter bei Fortnite und letztes mal haben die die epischen, äh quatsch, die epischen, die Wipes Aufträge angefangen. Ähm, müssen jetzt hier Party machen und ich muss sowieso bei Sanctuary einmal rufen, insofern, alter, passt das ganz gut und da zieht Starf Raider erstmal wieder hier rüber. Denn den haben wir auch getroffen letztes mal, äh, unerwartet allerdings. Nicht ganz geplant haben wir den getroffen, möchte ich mal ergänzen. So, ich brauche ein Fahrzeug. Das heißt, ich gehe mal kurz zu der Tankstelle, schnappe mir ein Fahrzeug, dann fahre ich damit zu Sanctuary und hupe einmal kurz. Das ist einmal die erste Sache. So. Äh, ich hoffe, dass wir schnell genug landen können, um zu hupen. Wieso können manche so viel schneller landen? Was machen die anders als ich? Verstehe nicht. Oh komm, wir fahren einfach mal zu Sanctuary und hupe da. Okay. Also wo die Hupe ist, weiß ich, das kriege ich hin. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich richtig fahre. Ich fahre richtig, sehr gut. Sobald da oben Sanctuary steht, hupe ich eine Runde. Und gleichzeitig können wir vielleicht auch noch eine Verbindung herstellen. Jetzt müssen wir doch Sanctuary sein. Jawoll. Perfekt, Diko. Okay, dann steigen wir gleich mal hier aus. Nehmen wir noch die Kollegin hier mit. Dich nehme ich auch gerne mit. So. Und da ist das Ding zum Anrufen. Moin. Moin. Alter, ich kenne diese Synchronstimme. Ich weiß nicht, woher. Wir brauchen eine einfache, schnelle Lösung, die sogar Charlie umsetzen könnte. Ich hab's. Mach aus diesem Schrotthaufen dort moderne Kunst. Ich kenne die Mission. Muss ich jetzt wieder Essen sammeln? Oh, nee. Muss ich nicht. Okay, was muss ich tun? Zerstöre Objekte bei alten. Ah, okay. Oh. Okay, da müsste ich was zerstören. Da komm ich hin. Ah, ich weiß, was das ist. Ja, ja, ja. Doch, ich, ich, doch, doch. Ich weiß, was das ist. Oh, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Der Kollege hier. Jetzt kann ich das sogar, während ich trinke, weitergehen. Das ist sehr praktisch. Okay, dann müssen wir... Wo hab ich das gesetzt? Da drüben. Dann müssen wir da Sachen kaputt machen. Okay. Die hatten bisher keine so richtige Bedeutung, aber das sind die Teile, wo diese kaputt sind. Wo das alles so ein bisschen zerstört ist und ich glaube, das ist das. Komme ich da hoch? Das war jetzt nicht, was ich wollte. Ja, da hau ich jetzt lieber nicht drauf, sonst haben wir wieder ein anderes Problem, was wir schon mal hatten. Das war nicht so effektiv. Ist hier drauf was? Nein. Genau, aber da drüben, genau die Dinger, die da sind, ja, so kaputt und die soll ich... Wie soll ich jetzt, äh, zerstören? Okay, machen wir. Machen wir. Kann ich sogar von ihm aus, okay. So, hier muss ich kaputt machen. Die kleinen zählen auch, ne? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, das wird ewig dauern. Und ich habe im Moment wichtigere Aufgaben für dich als das. Ich bin schwer mit einigen echt unheimlichen Theorien beschäftigt. Also kannst du dich darum kümmern. Hast du Interesse an mir? Nein? Okay. Doch? Oder nicht? Man weiß es nicht. Sprühe Peace-Spray-Motive auf Gebäude in Alten. Okay, jetzt muss ich sprühen. Hallo? Sprühen? Noch nicht bereit? Muss ich da absteigen dafür wahrscheinlich? Okay. Eins. Zwei. Drei. Das ist doch schön, wenn du zufrieden bist. Dann bin ich auch zufrieden. So. Und jetzt geht es wieder um Geräteverbindung. An welchem Ort? Hier, okay, jetzt da drüben dann. Okay. Weiß ich, ob wir da... Kommen wir da in der Runde noch hin? Also theoretisch wäre es... Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, Hallöchen. Da kommt zu Papa. So, dann trinke ich unterwegs den Kollegen hier. Oh, okay. Rennen kann ich damit nicht. Aber normal laufen. Okay, das kann ich. Rennen wäre dann zu viel wieder des Guten. Okay. Ja, vielleicht schaffen wir die Verbindung ja noch zu etablieren. Warum nicht? Das ist genau bei unserem Bäumchen zufälligerweise. Oh, wir haben nur einen Schuss dafür. Das ist... Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Dass wir dafür gar keinen Schuss haben. Eigentlich dann dumm. Oh, da brennt ein Bäumchen. Amesbäumchen. Ist irgendwas auf dem Weg noch zu tun? Nee. Ah, das geht ja jetzt durch Tilted Towers. Oh, scheiße. Okay. Ein Schuss, ein Treffer. Oh mein Gott. Schade. Aber es hat gut gezwirbelt bei ihm. Es hat gut gezwirbelt. Einen Schuss hätte ich noch getroffen. Naja, egal. Aber gut, wir haben die Geschichte gemacht, die ich machen wollte. Insofern, wir sehen uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Okay, Problem. Der Bus fährt genau über den Realitätsbaum drüber. Mal gucken, ob wir da... Aber... ...die Verbindung aufbauen sollte drin sein. Also, warum nicht, ne? Ist halt gleich jetzt hier vorne. Nehmen wir mal hier das Ding. So, wo ist das blaue... Hä, wo ist es? Ach, da unten. Da unten. Und dann mal gucken, was man hier für Aufträge bekommt. Das waren jetzt ja dann doch andere, was ich ganz gut finde. Das ist nicht immer das gleiche dann. Das ist schon mal sehr schön. Ich muss dann nur kurz landen eigentlich. Das ist alles. Ich muss dann nur kurz landen. Dieses Ding auslösen. Und das würde ja schon reichen. Dann weiß ich schon, was ich zu tun habe. So, irgendwo hier... Da ist das Ding. Perfekt. Optimal, optimal, optimal. Wir landen genau richtig. So, sehr schön. Also, die Realität zu retten, finde ich wirklich klasse. Aber hätte ich gewusst, dass ich dafür wie irgendein gründäumiger Hobbyzüchter Pflanzen studieren muss, hätte ich das für und wieder etwas länger abgewegt. Tja, was soll's. Ach, also. Suchst du mir ein Saatkorn? Ich muss ein paar Tests machen. Okay, ich muss Realitätssaatkörner finden. Sammle eine Realitätssaatkorn von einer Realitätssaatkapsel. Okay. Okay, sehr gut. Okay, diesmal haben wir hier für Siebenschuss. Ich könnte ja zu meinem Baum und da auf das Realitätssaatkorn hoffen, ne? Da müssen ja welche sein, theoretisch. Weiß nicht, wie man sonst hier an welche rankommen soll. Ist das egal, wo ich das einsammle? Ja, ne? Sammle eine Realitätssaatkorn. Okay. Aber es steht da dort von einer Kapsel. Also ist das was anderes, als wenn ich die einfach nur sammle? Oh! Das ist genau das, was ich vorhin gemacht habe. Ich muss so eine Kapsel zerstören. Wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich so eine Kapsel, so einen, so einen, so einen Baumdings finden und dann so eine Kapsel zerstören. Ist es das? Das ist das, was ich vorhin zufällig gemacht habe. Vielleicht war es im letzten Part. Weiß nicht, ob es in dem oder im letzten Part war. Das könnte nämlich so eine Kapsel sein. Aber hier gibt es solche Dinger nicht, ne? Nee. Scheiße. Die waren, hier hinten waren so Bäume, das weiß ich. Aber sieht man die auf der Karte? Nee, die sieht man auch nicht auf der Karte. Oh, das ist von dem Baum. Wahrscheinlich ist es von dem Baum. Aber wir können mal gucken. Wir gehen jetzt mal zu meinem Bäumchen und gucken einfach mal. Oh. Ich hätte jemand wieder Munition liegen lassen. Das ist das, was ich immer nicht verstehe. Oder die liegt einfach hier rum. Das kann auch sein. Ähm. Oh shit, wir müssen aber auch die, die Dings, ja. Könnte jetzt schwierig werden mit der Zone. Könnte jetzt ein bisschen... Oh, wir haben die gleiche Waffe, sehe ich gerade. Weg damit. Könnte jetzt ein bisschen schwierig werden mit der Zone. Hm. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Und wir gucken mal. Wir gucken mal, was hier alles so möglich ist jetzt noch in der Runde. Wir sind ja hier relativ alleine scheinbar gerade, was ich gut finde. Also komme ich vielleicht sogar unbeschadet an mein Bäumchen ran. Oh shit, da ist ein Auto. So viel dazu. Da ist so ein... Okay, sorry. Das ist so eine Realitätskapsel. Richtig. Davon brauche ich jetzt so eine Kapsel. Wo sind die gelandet? Ähm. Sind die irgendwo gelandet? Ah, da. Nice. I did it. Bringe ein Realitäts-Hotkorn zu drei benannten Orten. Oh, come on. Okay, eins von drei habe ich schon. Witzig. Okay. Das muss einfach nur hingebracht werden, oder was? Gut, wir müssen sowieso hier rüber. Dann gehen wir da hin. Oh, Bruder. Der sieht mich gar nicht, oder was? Scheiße. Ist es Batman? Ja, es war Batman. Es war Batman. Hi. Und das war gleich ich. Und jetzt kommt die Zone. Jetzt habe ich ein fettes Problem. Da ist aber ein Auto. Scheiße. Are you sure about that? Nein, nicht gut. Hier noch ein Auto. Oder auf schnell was zum Heilen. Hier ist noch ein Auto. Bitte sei, sei fahrtüchtig. Okay, so viel dazu. Okay, aber es hieß jetzt ja, bringe ein Saatkorn. Das heißt, ich muss erst wieder eins nehmen. Und damit dann die Orte besuchen. Oder wie sehe ich das? Also wenn ich keins bekomme, bringt mir das nichts. Wahrscheinlich. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So. Okay, der Bus fährt da lang. Es ist halt die Frage, kommen wir, also müssen wir, also mh. Wir brauchen erst ein Realitätssaatkorn. Und dann muss ich das da irgendwie hinbringen. Okay, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir decken jetzt einmal den Teil da drüben auf, der noch, der wieder zugedeckt ist. Das ist nämlich der Bereich hier. Da ist jetzt diese Rennstrecke. Die war schon mal da, die Rennstrecke. Ich erinnere mich. Die gab es schon mal. Die ist jetzt wieder da, sozusagen. Das hier ist auch neu. Oh, da ist jetzt ein Autokino. Okay. Interesting. Also wenn man mal Fahrzeuge braucht. Hier gibt es ein paar. So. Affe haben wir schon mal. Rockfels. Okay. Oh, boi. Shish. Oh, nee. Der Nächste. Ja, hau besser ab. Okay. Ah, shit. Hey, ich wollte dir helfen, Kollege. Ja, so viel dazu. Oh, coole Platzierung aber. Ja gut, das hat nicht so gut funktioniert. Die nächste Runde. So. Das war ja gerade nicht so erfolgreich. Das wird jetzt aber gleich besser werden. Okay. Okay. Also. Und guck mal, ich hab den Bereich gar nicht aufgedeckt. Ich dachte, das hier ist das. Aber das ist es gar nicht. Ähm. Ich sag, wir probieren das nochmal in der Richtung, weil jetzt ist es da vielleicht ein bisschen ruhiger. Nachdem man da jetzt ein bisschen hin braucht erst mal. Ist er vielleicht ein bisschen ruhiger. Dann könnten wir mal hier an der Tankstelle starten. Dann versuchen, da so rüber zu kommen. Oh, da ist ein Bäumchen. Da könnte ich Realitätssatkörner bekommen. Uh. Okay, das wäre voll gut. Yo, hi. Was hast du denn für einen Drachen? Wann ist du auch hier? Wäre nicht so cool. Scheiße. Ich wollte Southpack mitnehmen. Ach komm, wenn wir schon hier dabei sind. Zack. Jetzt muss ich doch irgendwo auch noch Benzin sein. Ja, perfekt. Nein. Sehr schön. So. War nicht wichtig, aber hey, kann man mal machen. Nein da. Hallo. Nicht da rein. So. Okay. Können wir uns hier noch um die Kasse. Okay, wir kümmern uns nicht um die Kasse. Hilfe. Da war einer. Kümmern uns hier rum. Da ist ein Seer-Satkorn. Perfekt. Genau das wollen wir. Sehr schön. Jetzt kann man die Waffe hier auch mal austauschen. Was hast du noch hübsches für mich? Okay. Und noch mehr schöne Dinge. Gut. So. Das muss ich jetzt an verschiedene Orte einfach bringen. Und wir sind... Wo bin ich denn? Da. Dann bringen wir es doch gleich mal nach Rocky Fields. Reicht es jetzt, wenn ich da durchfahre eigentlich als Auto? Was im Auto? Zählt es jetzt als, bringe ich das hier her oder muss ich da kurz aus... Es reicht! Oh mein Gott, es reicht! Dann einfach noch hier hin. Abflug. Aussteigen wollte ich nicht. Alt, bleib hier. Aussteigen wollte ich eigentlich nicht. Oh mein Gott, wie gut. Okay, jetzt fahren wir hier auch noch durch sogar. Dann wird dieses Gebiet jetzt auch aufgedeckt. Super. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie hier hin. Jawohl. Butterblüte. Und da ist der nächste Ort. Wo das Realitäts-Satkon hin möchte. So. Ich pflanze es schnell. Dann haben wir einen neuen Baum, aber ist egal. Ja, ich weiß, was da abgeht. Du musst mir das nicht erklären. Jetzt geht es wieder um eine Geräteverbindung. Okay, alles klar. Oh, haben wir mit dem schon mal gesprochen? Da ist es. Könnte knapp werden. Okay, egal. Wir haben getan, was wir wollten. Wir haben getan, was wir wollten. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Oh, guck, 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 gute Vibes, Teil 1 haben wir komplett abgeschlossen jetzt gerade, sehe ich gerade. Das heißt, wir haben jetzt Teil 2 dann offen. Okay, wir gehen mal kurz ins Menü zurück. Wir schauen uns das mal kurz an. Wir gehen mal kurz ins Menü zurück. So. Einfordern. Level 35 schon geworden. Eieiei. Gut. Teil 2. Etablierer. Okay, das ist dann wieder Geräteverbindung. Okay, da ist dann hier jetzt wieder was. Alles klar. Also das setzt sich so Stück für Stück einfach fort. Okay. Und in 12 Tagen kommen eh erst neue Aufträge. Also wir müssen jetzt uns auch nicht hier durchhetzen und das alles sofort machen. Dann würde ich nämlich noch ein bisschen Inselshopping machen. Gut. Dafür muss ich den Kreativmodus eröffnen und dann die verschiedenen Teile hier spielen. Scheinbar. Ich mache mal hier Auftrag verfolgen. Eliminiere Gegner, die Objekte sind in Objektyagd. Wir gucken mal, was ich da... Also, dann gehe ich mal in den Kreativmodus. Oder wie finde ich das jetzt? Ist das da oben jetzt vielleicht auch drin? Ne, hier haben sie es nicht reingesetzt. Ah, hier Inselshopping hat seinen eigenen Bereich. Super gut. Das hier ist Farbenjagd. Okay. Gut, dann machen wir erst mal, was wir gerade hatten. Ähm. Welches sollte das sein? Ich habe es wieder vergessen. Escape. Welches war das? In Objektjagd, Einkaufszentrum. Oder Zeppelin-Gefecht. Oder rätselhafte Morde, ultimativ. Oder PvE, ein Auslöser. Oder... Okay. Machen wir erst mal Farbenjagd. Ganz ehrlich. Vier Errungenschaften in Farbenjagd. Klingt für mich jetzt spannender. Aber das andere wäre dann Zeppelin-Gefecht. Hier wäre das. Farbenjagd ist hier. Rätselhafte Morde ist hier. Ach, hier ist Objektjagd. Okay. Hier ist Objektjagd. Gut. Aber wir gehen mal auf Farbenjagd. Mal gucken, was wir da tun müssen. Was stand da dort? Zuerst wird eine zufällige Farbe... Ach so, das ist... Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das haben wir schon mal so ähnlich gemacht. Und das ist jetzt mit Auto. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell es losgeht. Deswegen mache ich mal noch keine Pause rein. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Normalerweise gehen nämlich gerade diese Mini-Dinger recht schnell los. Scheint gerade zu dauern. Ich pausiere mal und wir sehen uns gleich wieder, wenn es losgeht. Okay. So viel dazu. Okay. Woher erfahre ich, was die Errungenschaften sind? Ich will nichts abholen. Detailsanzeigen. Haar. Random colors picked. You must drive to the color. Ja. The game will become more difficult later on. Last man alive wins. Ja, habe ich verstanden. Aber wie kommt Errungenschaften zustande? Das werden wir schon automatisch erfahren. Ah, ich könnte aber mal jetzt das hier als Auftrag verfolgen. Äh, wo ist es da? Dann wird es da oben angezeigt. Matchmag hier? Nee. Braucht kein Matchmag. Automatische Stadion 25. Einer fehlt aber noch. Also einer würde noch fehlen, dann würde es eher losgehen. Aber gut. So geht es eben dann halt gleich los. Genau einer fehlt noch. Das ist auch wieder witzig. Okay, ich kann nicht bauen. Ich will auch gar nicht bauen. Kann ich da rausspringen? Nee. Aber hier scheint es dann zumindest keine... Alter, ich will nicht bauen. Lass mich in Ruhe. Nein! Hier gibt es dann zumindest keine, ähm... Dings. Ach doch, hier gibt es was. Okay. Was ist jetzt los? Einschalten. Happy Summer. Collect Coins for Bonus. Was? Okay. Mit E. Mit 11. Weiß. Okay. Paniporting to Cars in a Moment. Okay, jetzt geht es gleich los. Okay, mal gucken. Yay. Okay, wo sehe ich welche Farbe es ist, wahrscheinlich wird es wieder angezeigt, ne? White. Oh lol, man kann die, oh man kann die, oh man kann die, okay. Schalterung und Schaften frei. Keine Ahnung welche ich freigeschaltet habe, aber ich habe eine. Du, du mir nichts, dann tue ich dir auch nichts. Bumpers have been activated, klingt nice. Ah, die Dinger. Komm da nicht weg. Holy shit, ich komm da nicht weg. Alles cool, alles cool. White. Lass mich in Ruhe. Ich lass dich auch in Ruhe. Piles will drop faster. Okay, okay, okay. Purple, nein. Oh Gott, okay. Oh Gott, nicht runter. Okay, buh. Ähm. Ich geh schnell wieder rein. Uh, das war knapp. Okay, jetzt die Fallen steht jetzt relativ schnell, muss man sagen. Storm is coming. Okay, jetzt wird es noch kleiner, das Feld, oder was? Oh Gott, Blue. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr wichtig. Tschüss. Oh, jetzt sind einige runtergeknallt. Nice. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Ja, hier wird es jetzt Hier kommt das Feld Oh shit Oh, ich überlebe hier nicht lange Scheiße Okay Okay Woher weiß ich, was Errungenschaften sind? Ah, hier Achievement Board Service, survive color in color dash, okay Sold fish at pro fishing Ah, das sind die minigames Win a round of color dash, ja, okay Minute of air time With a car, okay Get an, ja Wieso habe ich mehr Münzen als vorhin Was auch immer mir das bringt Okay Alter Diese Tänze, ne Geesh So Wet Hatte so ein Gefühl, dass es grün wird Interessant Okay Irgendwie muss man air time bekommen Ich weiß nicht, wie man air time bekommen soll Aber ich kann es aber probieren Oh scheiße Das wird nix Das wird nix Das wird nix Oh, gerade so Das war super knapp Holy shit, war das knapp Keine Ahnung, wie man air time Vielleicht insgesamt eine Minute oder so Okay, teilt es mir überhaupt fast Nein, 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 nein Nein, ich bin doch genau hier richtig Oh, stopp, 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 okay Puh Ei, ei, ei Hier läuft ein Fynn Gott, der Herr Okay Okay Optimal Das sag ich das auch immer Da kommt der Sturm wieder What now? Purple. Okay, es sind nur noch drei übrig, oder? Nur noch wir drei? Scheint so. Orange. Oh, scheiße. Oh Gott, ich muss hier wieder weg jetzt. Oh, das wird aber jetzt richtig klein. Ja, wie Purple. Oh nein. Schade. Okay, okay, Pro-Fishing muss mal was machen, habe ich gelesen. Kriege ich dann hier eine Angel, oder was? Oder wie fische ich jetzt hier? Hallo? Ist hier eine Angel? Soviel dazu. Ich müsste wahrscheinlich mal aus einer Runde vorher ausscheiden, dass ich da diese Dinger am Rand machen kann. Was bringt es diese Münzen zusammen? Ich lasse mich jetzt mal gleich rausschmeißen, dass wir mal, ähm, halt da. Ja, ich lasse mich jetzt mal gleich rausschmeißen, dass wir mal uns die, die, die Achievements anschauen können. Dafür bin ich ja hier. Tschüss. Tschüss. Oh nein. Oh nein. So ein Pech aber auch. Okay, so. Was muss ich hier tun? Sold fish at Pro-Fishing. Okay. Ich brauche also einen Fisch, den muss ich solden. Das ist, das ist verkaufen. Aber wie kriege ich den denn überhaupt? Ach, ich habe eine Angel. Oh mein Gott, ich bin ein Trottel. Ich habe einen Fisch. Den verkaufe ich jetzt hier. Yay, Achievement. Okay. Zurück zum Hub. So. Opened I... XP AirDrop. Keine Ahnung. Complete Parcours. Okay, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Survive Color in Mini-Color Switch. Okay. Mini-Color Switch. Einfach nur eine Farbe überleben. Easy. Gibt mir die Farbe. Gut. So. Color survived. Yay. Da haben wir es auch schon. Return back to Hub. Wird witzig, dass die Achievements, dass man die lösen muss, in dem man einfach das Spiel nicht spielt. Played for plus 10 Minutes. Das haben wir fast wahrscheinlich bald. Dance for a minute at the concert. Weiß ich nicht. Get an Elimination in Boxfights. Okay, das können wir machen. Boxfights. Eine Elimination. Jawohl. Einen killen einfach nur. Easy. Easy. Fertig. Alle Achievements erledigt. Sehr gut. Okay. Na dann können wir hier auch... Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier ist kein... Hier ist jetzt kein... Dings. Aber weiß ich. Egal. Spielen wir noch eine normale Runde. Und dann können wir hier wieder rausgehen. Alter, diesmal habe ich aber richtig viele Münzen gesammelt. Was auch immer mir das bringt. Oh, guck mal. Played for 10 Minutes. Auch noch bekommen. Witzig. Okay. Gut, eine Runde spielen wir noch. Oder war ich gerade drauf? Scheiße. Okay, stopp. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Aber ich finde es richtig gut, dass die auch solche Missionen einbauen, um eben genau diese Sachen zu unterstützen, ne? Eben diese Minigames. Weil so sind die Spieler jetzt erst richtig gezwungen, diese Minigames zu finden und auch zu spielen. Das finde ich voll gut. Muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Auch wenn es jetzt leichter war, die Achievements hier zu bekommen, indem man das Spiel einfach nicht spielt. Also das Hauptspiel. Aber ist ja egal. Lol. Tschüss. Keils will drop faster. Können wir uns eigentlich gleich mit der Mitte aufhalten, weil wir dann eh nachher ja der Sturm ist. Oh, ich ja. Okay. Bleiben einfach hier. Finde ich gut. Oh, der ist... Okay, der hat Glück gehabt. Lol. Ach, man kann es schaffen? Oh. Das ist auch interessant. Ja, er ist jetzt allerdings raus. Okay, wir sind noch drei Leute. Wow. Wir haben einfach Glück mit der Farbe. Hm, jetzt kommt nämlich die Zone. Jetzt wird es sehr interessant. Aus da. Wege. Okay. Wir einfach warten. Auf das Signal. einfach ebenbürtige spieler gerade Scheiße Nein Nein Ich komm nicht weg Schade Ich kam nicht mehr weg Okay, aber schön Schön, 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 schön So, lass mich dir kurz ein Herz geben Zack Und dann raus da Okay Nummer 1 von den Dingern haben wir gemacht Nummer 1 von den Dingern haben wir gemacht Und dafür gibt es das hier, okay Und das da, okay So Genau Das haben wir gemacht Bleiben 5 übrig Okay Ach nee Jetzt ist mehr dazu gekommen, oder? Parkour-Universum war vorher noch nicht da, glaube ich Ich glaube, Parkour-Universum war vorher noch nicht da Ganz ehrlich, dann gehen wir Ja, aber wenn dann im nächsten Part Wenn dann nicht mehr jetzt Wenn dann nicht mehr jetzt Jetzt sind schon wieder 40 Minuten Reicht hier an der Stelle Danke fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal